Das hier ist die Cosmo Turkish Bowl. Ein Meerlochkopf, der für mich der beste Meerlochkopf geworden ist. Jetzt habe ich noch zwei weitere von Cosmo bekommen, von Shisha Dome. Und die will ich mir jetzt auch noch angucken und herausfinden, ob die genauso gut sind wie die Turkish Bowl oder wofür die vielleicht besser oder schlechter sind. Und da hätten wir einmal die Cosmo Bowl Dead Mummy, sozusagen einfach eine Killer Bowl. Und wir haben einmal die Cosmo Shot Predator. Predator ist das Design hier, Shot ist die Depot-Variante. Und ich würde sagen, wir starten als erstes rein und bauen mal die tote Mumie. So, dann wiegen wir die als erstes mal. Also es wird jetzt nicht der schwerste Kopf, aber hat ein relativ langes Dämpf, 216 Gramm. Wenn wir das mal kurz hier mit zwei Favoriten von mir vergleichen. Wandenberg V1 sollte jeder daheim haben. Also ungefähr so schwer wie ein Wandenberg V1. Ja, und wenn wir zum Beispiel noch den großen Bruder oder die große Schwester, wie auch immer, mit dazu nehmen, dann hat die 300 Gramm. Also so eine Cosmo Turkish Bowl ist auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich schwerer als die Dead Mummy. Wir nullen die Waage, wir machen uns hier den Blarry ready und dann kommt da ein bisschen Blarry rein. Wir müssen ja nicht pur den Blarry nehmen. Wir können Blarry mit ein bisschen Zitrone-Minse machen. Nicht Zitrone-Minse, mit Kiwi-Smoothie wollte ich sagen. Oh, aber sparsam. Also ist jetzt nicht super sparsam, ne? Aber das wird auf jeden Fall nicht der krasseste Verbrauch für ein Meerloch jemals. Das ist schon mal sehr interessant. So, 15,1 Gramm Blarry haben wir. Oh, ich glaube, das sollte schon reichen an Tabak. Denkt dran, das ist Must-Have, ne? Also sehr feiner und sehr feuchter Tabak, ja. Und das heißt, mit anderen Tabaksorten, die vielleicht ein bisschen gröber sind oder so, hätte man da auf jeden Fall noch sparsamer bauen können. Keine zu große Wissenschaft draus machen. Gucken, dass es halbwegs verteilt ist. Okay, so würde ich das Ganze lassen. Dann sind wir präzise bei 21 Gramm Tabak. Das geht auch klar. Gucken wir mal, wie viel Kontakt am Start ist. Ich würde sagen, leicht, ja, leichtes Noppenkontakt. Guckt, seht ihr, wie nur ganz leicht an den Noppen ein bisschen Molasse dranhängt? Das heißt, wir haben ganz leichtes Noppenkontakt-Setup. Alright, wunderbar. Let's go. So, die Kohle haben wir eben schon aufs Köpfchen gepackt. Jetzt haben wir mittlerweile neuneinhalb Minuten gewartet. Das ist halt bei Meerloch ohne Kontakt. Muss sich alles erstmal ein bisschen erhitzen. Aber jetzt läuft das Ding. Ich zeige euch mal kurz die Rauchentwicklung. Da kann man sich auf gar keinen Fall beschweren. Und für ein Must-Have fluffig im Meerloch tatsächlich gar nicht so viel Kratzen. Also was heißt gar nicht so viel Kratzen? Fast gar kein Kratzen. Läuft sehr, sehr smooth. Aber er ist gerade auf jeden Fall am oberen Limit, was die Hitze angeht. Ich hatte gerade die ganze Zeit zwei Kohlen drin und zwei obendrauf auf Kipp. Und jetzt habe ich es so gemacht, dass ich zwei Kohlen drin habe und eine noch obendrauf gelegt habe. Und so läuft das Ganze gerade sehr, sehr smooth. So, jetzt rauche ich das Ganze ein bisschen. Dann gucken wir mal, wie lange das Ganze raucht mit den knapp 20 Gramm Tabak, die wir reingepackt haben. Und dann melde ich mich mit einem kleinen Fazit zurück. Fazit zu der Dead Mummy Bowl. Wir sind jetzt bei 32 Minuten. Das Ding läuft absolut hervorragend. Also Rauchentwicklung ist geil. Es lässt sich super smooth rauchen. Und das obwohl Must-Have fluffig im Meerloch manchmal ein klein bisschen zickig sein kann. Gar nicht, Digga. Gar nicht. Es funktioniert wirklich überragend gut. Ich bin sogar am überlegen, ob ich das geiler finde als die Cosmo Turkish Bowl. Weil es muss weniger Tabak rein. Es läuft auch super smooth. Voll nice. Digga. Für einfach so, zack, bisschen fluffig da rein. Büschen verteilen. Zack, KMD drauf und Abfahrt. Ey, wunderbar. Wunderbar. Und Kohle ist auch immer noch gleich. Also zwei drinnen und eine noch so mit oben drauf. Richtig nice. Und geiler als im Funnel? Weiß ich nicht. Schmeckt schon ein bisschen anders. Ich würde sogar sagen, dass das der Meerloch ist, der für mich am krassesten an eine Funnel Experience bis jetzt rankommt. Das ist schon heftig. So, Cosmo Bowl ist durch. Wir haben eine Stunde 47 geraucht. Also richtig schön lange für 20 Gramm Tabak. Eine Stunde 40 kann man sich nicht beschweren. Das war der beste Must-Have-Meerloch-Kopf, den ich mir jemals selbst gebaut habe. Entweder komme ich langsam rein in das Thema Meerloch. Oder der Kopf ist übertrieben geil für Must-Have im Meerloch. Also da hat der Aaron von Academy anscheinend nicht zu viel versprochen. Oder es ist eine Kombination aus diesen Sachen. Nichtsdestotrotz, das war ein Meerloch-Kopf, der mir durch und durch richtig gut gefallen hat. Und ihr wisst, dass ich sonst eigentlich eher Team Funnel bin. Aber bei dem Kopf hatte ich zu keiner Sekunde die Gedanken, dass ich mir dachte, hättest du mal lieber am Funnel geraucht. Das wäre geiler gewesen. Der hat super geschmeckt. Auch leicht anders geschmeckt, als ich es erwartet hätte. Meerloch-Funnel ist natürlich ein Unterschied. Geil. Kostet bei Shisha-Dom 14 Euro der Kopf. Also 15 Euro. Dann machst du noch SWG 10 rein, kriegst du nochmal 1,50 Rabatt. Dann bist du bei ein bisschen weniger. Bei 10% weniger, um genau zu sein. Wild. Ich würde sagen, rein ins nächste Ründchen. Wir haben noch eine Cosmo Bowl zu testen. Und zwar gucken wir uns jetzt die Cosmo Bowl Shot. Also ein etwas kleineres Depot an. Predator Design. Wir wiegen auch den Kopf noch einmal. Einfach damit wir den Vergleich haben. 262 Gramm. Also schwerer als die Dead Mummy. Aber leichter als die Cosmo Turkish. Dann bauen wir uns einfach einen Blackburn Mix. So, einmal nullen. Guck mal hier. Die ist wirklich komplett randvoll. Und auch richtig gestopft. Ich kann nämlich gar nicht richtig umrühren. Ich muss mir immer hier in der Mitte so ein Loch buddeln. Und dann von unten den Tabak rausholen. Und so, ich würde sagen, so roundabout 50-50 machen wir. 8,6 Gramm. That's it for real PF. Und den Rest füllen wir auf mit dem Schock Anans. So. Und ich glaube, das reicht schon locker. Also ich glaube, man hätte sogar wenig. 12 Gramm? Uff. Ich glaube, man hätte sogar noch weniger nehmen können. Ich rühre mal noch ein bisschen um. Man könnte sich jetzt auch so eine Mixschale nehmen. Aber muss man auch nicht unbedingt. Alter, 12 Gramm ist Ansage, Digga. Bin ich gespannt, wer hier die Rauchdauer sein wird. Könnte ich mir halt schon vorstellen, dass der Kopf jetzt nicht ewig, ewig gehen wird. So. Oh, man hätte noch ein bisschen was hier hin machen können. Aber ist nicht wild. Vielleicht hängt auch noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir noch auf 12,5 Gramm. Oh, da lag auch noch was. Oh, vielleicht sind es wirklich nur 12,5 Gramm. Ne. Ist schade. Irgendwie. Oh, doch. 12,5 Gramm. Krass. Das heißt, du würdest aus einer 25-Gramm-Packung zwei Köpfe hinbekommen. Das ist sick. So. HMD drauf. Und let's go. Ey, ich bin sehr gespannt. Wenn das ansatzweise so gut schmeckt, wie die Cosmo Turkish. Also wie dieser Kopf hier. Und dabei, weiß ich nicht, sagen wir mal zwischen 5 und 8 Gramm weniger verbraucht. Das wäre geisteskrank. Aber natürlich, Tabakmenge entscheidet, wie lange wir rauchen können. Wenn hier jetzt halt nur 12,5 Gramm drin sind, dann können wir auch nur in Anführungszeichen 12,5 Gramm lang rauchen. Allerdings wird die Effizienz meistens ein bisschen höher. Und wenn etwas teurer ist, dann ist Effizienz eben wichtig. Wir reden zu viel. Wir gucken uns das Ding an. Und dann wissen wir mehr. Wir sind jetzt schon seit einer Stunde 31. Und das läuft echt sehr solide. Man merkt langsam, dass der Geschmack abflacht. Aber für die 12,6 Gramm, die da drin sind, ist das auf jeden Fall krass. Also das ist super krass. Also Preis-Leistung von wie viel Tabak packst du rein und wie viel kriegst du raus, ist das übertrieben geil. Cosmobol, mein Lieblings-Meerdoch-Kopf-Produzent, confirm.